Löse diese Ungleichung in der Menge der reellen Zahlen r. Vorsicht, wir haben sofort eine Anfangsbedingung, x darf nicht 0 sein. Um diese Ungleichung zu lösen, werden wir zwei Fälle unterscheiden, entweder 1 auf x-2 ist größer gleich 0 oder, zweiter Fall, 1 auf x-2 ist streng negativ. Warum? Weil in diesem Fall ist der Betrag dieser positiven Zahl die positive Zahl selbst und in diesem Fall ist der Betrag von dieser streng negativen Zahl minus diese streng negative Zahl. Schauen wir im ersten Fall. Diese Ungleichung ist erfüllt, dann und genau dann, wenn diese erfüllt ist. Und um die zu lösen, schreiben wir eine kleine Zeichentabelle mit den zwei besonderen Werten 0 und 1 halbes. Dieses Binom ersten Grades ist 0, wenn x 1 halbes ist. Rechts von dieser 0 schreiben wir das Vorzeichen der Vorzahl von x, also Minus, und links das entgegengesetzte Zeichen, also Plus. Hier ist die Zeichenzeile für x und hier die Zeichenzeile für diesen Bruch. Wir bemerken, 0 ist ausgeschlossen. Die Ungleichung ist erfüllt in diesem Bereich. Das heißt, sie ist erfüllt, wenn x sich hier befindet, im Intervall von 0 ausgeschlossen bis 1 halbes eingeschlossen. Das halten wir hier fest. In diesem ersten Fall ist die Ungleichung, die wir lösen sollen, diese oder auch diese. Die kann man auch in diese Form schreiben und um diese Ungleichung zu lösen, werden wir wieder eine Zeichentabelle erstellen, die genauso aussieht wie diese. Außer statt 2 haben wir hier 5. Also geht das sehr rasch. So. Wir haben hier die Zeichenzeile für diesen Bruch und dieser Bruch muss kleiner gleich 0 sein. Kleiner gleich 0, das ist in diesen zwei grünen Bereichen. Also, damit die Ungleichung erfüllt ist, muss x sich entweder von minus unendlich bis 0 ausgeschlossen oder von 1 fünftel eingeschlossen bis plus unendlich befinden. Die erste Teillösung ist also der Schnitt von dieser grünen Menge und diesem Intervall. Was also bedeutet, die erste Teilmenge der Lösung, das ist das geschlossene Intervall von 1 fünftel bis 1 halbes. Jetzt kommen wir zum zweiten Fall. Diese Ungleichung ist erfüllt, dann und genau dann, wenn diese erfüllt ist. Und natürlich finden wir als Lösungsmenge die Komplimentmenge von diesem Intervall in der Menge r, aber Vorsicht, aus dieser Komplimentmenge ist die 0 auszuschließen. In diesem Fall wird die Ungleichung, die wir zu lösen haben, diese oder auch diese, die man noch so schreiben kann oder auch so. Denn in dieser Form können wir für diesen Bruch eine Zeichentabelle erstellen mit den zwei besonderen Werten minus 1 und 0. Dieses Binom ersten Grades wird 0 bei minus 1. Rechts von der 0 schreiben wir das Vorzeichen der Vorzahl von x, also minus und links davon entgegengesetzt, also plus. Das ist die Zeichenzeile für x und hier die Schlussfolgerungen für diesen Bruch. Dieser Bruch muss kleiner gleich 0 sein, das bedeutet da oder da. Das wiederum bedeutet, damit diese Ungleichung erfüllt ist, muss x sich entweder da oder da befinden. Das heißt, von minus unendlich bis minus 1 eingeschlossen oder von 0 ausgeschlossen bis plus unendlich. Der zweite Lösungsteil ist also die Schnittmenge von dieser grünen Menge und dieser Menge. Das heißt, soll 2, das ist das Intervall von minus unendlich bis minus 1 eingeschlossen, vereinigt mit dem Intervall von ein halbes ausgeschlossen bis plus unendlich. Die Lösungsmenge der Ungleichung ist also die Vereinigung von diesen zwei Mengen. Das heißt, das Intervall von minus unendlich bis minus 1 eingeschlossen, vereinigt mit dem Intervall von ein Fünftel eingeschlossen bis plus unendlich. Das ist das eine Ursache!